Moin, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag zum Klimawandel. In diesem Vortrag möchte ich mit Ihnen vor allem zwei Aspekte besprechen. Einmal möchte ich ein paar Fragen der Klimagerechtigkeit aufwerfen und Fragen stellen wie, wer sollte die Verantwortung tragen, dass wir als Weltgemeinschaft die Treibhausgasemissionen senken. Und dann natürlich die spannende Frage, wie sieht das nun tatsächlich in der internationalen Klimapolitik aus? Mit welchen Abkommen versuchen wir als Weltgemeinschaft die CO2-Emissionen zu senken? Und genau, ich fange an mit der Klimagerechtigkeit. Wer hat die Verantwortung? Von welchen Ländern sollten wir es gerechterweise besonders erwarten, dass sie vielleicht Vorreiter sind im CO2-Emissionen senken? Und von welchen Ländern wäre es vielleicht gerecht, dass wir nicht einen so großen Anteil erwarten? Oder es ist vielleicht doch am gerechtesten, dass wir von jedem Land den gleichen Anteil erwarten? Dazu habe ich ein paar Landkarten mitgebracht. Und das ist jetzt erstmal eine ganz normale Weltkarte und es ist so, dass die Ländergrenzen dem tatsächlichen Flächeninhalt auf dieser Karte entsprechen. Aber das wird sich gleich verändern. Weil das Erste, was man natürlich sagen kann, ist, dass wir sagen, die Länder, die besonders viel CO2-Emissionen ausstoßen, sollten auch vielleicht auch die Länder sein, die dann besonders viel CO2-Emissionen auch einsparen. Und das schauen wir uns mal einmal an. Das ist die Karte, wie sie eigentlich aussieht. Und wir verändern sie jetzt einmal und wir sehen, dass die Welt sich ein bisschen verändert hat. Es ist jetzt so, dass die Größe der verschiedenen Ländern jetzt nicht mehr dem tatsächlichen Flächeninhalt entsprechen, sondern den CO2-Emissionen hier landet. Und was sehen wir? Wir sehen, die Karte ist dominiert von China, USA, Russland, Indien, Japan, Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass diese Länder zwei Drittel der weltweit ausgeschlossenen CO2-Emissionen repräsentieren. Okay, jetzt können wir natürlich sagen, vielleicht ist das jetzt nicht ganz gerecht so, da drauf zu schauen, weil es ist doch vielleicht auch so, dass wir beispielsweise in Deutschland unsere CO2-intensive Produktion in andere Länder ausgegliedert haben und deswegen unser CO2-Fußabdruck als Land geringer ist, wie aber in anderen Ländern viel CO2 für uns ausstoßen. Und dass wir vielleicht nicht nach CO2-Emissionen hier landfragen und schauen sollten, sondern nach dem CO2-Konsum hier landet. Und das machen wir mal. Und wir sehen, die Karte hat sich ein bisschen verändert. Es ist so, dass die Verantwortung der Anteil von CO2-Exporteuren wie China beispielsweise sinkt, wenn sie von CO2-Importeuren wie Europa oder Nordamerika die Verantwortung eher steigt. Okay, kommen wir wieder zur Ausgangslage. Es gibt natürlich ein gutes Argument, was man jetzt einwerfen kann. Und zwar kann man natürlich sagen, das ist nicht so ganz fair, dass wir jetzt immer von Ländern sprechen, weil es ist ja auch einfach so, dass in den Ländern unterschiedlich viele Menschen wohnen. Und das schauen wir uns jetzt einmal auf dieser Karte hier an. Es ist jetzt so, dass die wieder ein bisschen verzerrt ist und zwar so, dass jetzt der Flächeninhalt der Länder der Anzahl der Menschen, die in diesem Land leben, entsprechen. Beispielsweise sehen wir jetzt hier, wie Asien nochmal größer geworden ist. Und was wir jetzt machen ist, dass wir die Flächen einfärben. Und zwar so, dass die Farbe dem CO2-Fußabdruck pro Kopf, pro Person in dem Land entspricht. Und was passiert, wenn wir das machen? Wir sehen, es gibt dunkle und helle Flächen. Die dunklen Flächen sprechen von einem besonders hohen CO2-Fußabdruck pro Kopf. Und wir sehen, dass beispielsweise die OPEC-Staaten einen besonders hohen Fußabdruck haben. Hier exemplarisch Katar mit 39 Tonnen CO2 pro Person. Dann solche Länder wie die USA mit rund 18 Tonnen CO2 pro Person. Deutschland mit rund 10 Tonnen pro Person. Und in der gleichen Farbe, aber doch deutlich weniger. China mit 6 Tonnen pro Person. Und wir sehen, wie sich so ein bisschen die Frage, okay, wer sollte vielleicht Treiber sein, wer hat die Verantwortung, die Emissionen zu senken, sich ein bisschen verschiebt. Und ich habe nochmal versucht, diese Frage in einer anderen Grafik ein bisschen aufzuwerfen und mitzubringen, wo wir jetzt versuchen, diese Perspektive pro Land und pro Kopf gleichzeitig zu betrachten. Und das sehen wir jetzt hier in dieser Grafik. Es ist so, dass auf der Y-Achse der CO2-Fußabdruck pro Kopf ist und auf der X-Achse der Anteil der Menschen, oder die Anzahl der Menschen, die in diesem Land leben. Und es sind jetzt hier einfach mal dargestellt die zehn bevölkerungsreichsten Länder und Regionen der Welt. Und wir sehen, dass die rund über vier Milliarden Menschen darstellen, also über die Hälfte der Weltbevölkerung. Und das sehen wir jetzt inhaltlich. Wir sehen, dass beispielsweise ganz vorne die USA ist mit einem ganz hohen CO2-Fußabdruck pro Kopf. Mit hier rund 16 Tonnen CO2. Die Zahlen sind ein bisschen anders als in der Grafik davor, weil diese Grafik ist jetzt aus dem Jahr 2020 und die Grafik eben aus dem Jahr 2014. Deswegen diese kleinen Differenzen. Und wir sehen genau, die USA hat einen relativ hohen CO2-Fußabdruck pro Kopf, aber einen relativ kleinen Anteil an der Weltbevölkerung. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Und dann sehen wir China. China relativ gering CO2-Fußabdruck pro Kopf, aber einen relativ großen Anteil an der Weltbevölkerung. Und so kommt es dann, dass der Flächeninhalt größer ist als der von der USA. Und der Flächeninhalt entspricht einfach den gesamten als Land ausgestoßenen CO2-Emissionen. Okay, und wir können jetzt so ein bisschen weiter schauen. Dann kommt als nächstes die Europäische Union. Wir sehen so rund sieben Tonnen pro Person. Und da, wenn wir die Grafik von eben noch im Kopf haben, Deutschland ist so bei rund zehn, ein bisschen weniger als es geworden. Aber Deutschland ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen. Deutschland liegt über dem Durchschnitt der Europäischen Union. Und wenn wir noch weiter schauen, dann sehen wir, was die Europäische Union über dem Durchschnitt liegt der Welt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter sehen, dann sehen wir hier noch eine ganz andere spannende Frage. Und das ist Indien. Indien mit einem relativ großen CO2-Fußabdruck als Land, eine relativ große Fläche. Aber der CO2-Fußabdruck pro Kopf, der ist relativ gering. Und jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, ist es jetzt gerecht, dass wir sagen, Indien soll besonders viel Emissionen senken, weil sie besonders viel als Land ausstoßen? Oder ist es eher gerecht zu sagen, okay, pro Kopf ist es so gering, den genehmigen wir eher noch, dass sie ein bisschen CO2 ausstoßen, weil sie so weit unter dem Durchschnitt liegen? Sie sehen, die Frage ist nicht so ganz einfach nach der Klimagerechtigkeit. Und es geht noch weiter. Ich habe noch ein paar weitere Fragen mitgebracht oder Ideen, wer die Verantwortung vielleicht trägt. Und das, was man natürlich auch sagen könnte, ist, dass wir einfach sagen, okay, die Länder, die besonders hohen finanziellen Wohlstand erreicht haben, das sollten vielleicht die Länder sein, die auch am meisten Verantwortung tragen können, weil sie es am meisten erlauben können, CO2-Emissionen zu senken. Und wenn wir jetzt die Karte so verschieben, dass die Ländergröße dem BIP entspricht, dann sieht die Welt so aus. Und wir sehen wieder, wie die USA und Europa, vor allem auch Deutschland, deutlich größer geworden ist. Es ist auch so, dass diese Regionen rund die Hälfte des weltweiten BIPs repräsentieren, aber nur ein Fünftel der Bevölkerung. Und wir können jetzt natürlich nochmal diesen Aspekt von eben aufgreifen, dass wir sagen, okay, es wäre nicht ganz gerecht, dass wir uns das pro Land anschauen. Wir müssen uns das auch pro Kopf anschauen. Deswegen hier nochmal jetzt die Karte eingefärbt. Und es ist jetzt so, je dunkler die Fläche ist, desto höher ist das BIP pro Kopf. Also der finanzielle Wohlstand pro Kopf sind die einzelnen Bürger zu erreichen. Und wir sehen jetzt hier wieder, dass beispielsweise es in den OPEC-Staaten ein sehr hohes BIP gibt, aber auch in der USA, in der Schweiz, in Norwegen. Während es in anderen Ländern, wie beispielsweise jetzt wieder Indien, ein sehr geringer BIP pro Kopf ist. Während das Land ja als Fläche doch auch eine gewisse Fläche hat. Okay. Wir können die Frage jetzt aber auch umdrehen und wir sagen einfach, okay, was sind denn jetzt die Länder, wo besonders viele Menschen in Armut leben? Und Armut ist hier nach dem UN-Maßstab von weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag definiert. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir einfach, wie massiv dieser Anteil in Afrika und in Asien im Vergleich zur Welt ist. Und es ist natürlich so, dass wenn es jetzt zu Folgen des Klimawandels kommt, wenn beispielsweise Überflutungen, Düren zunehmen, dann sind natürlich die Menschen besonders betroffen, die nicht so viel Geld haben, weil sie sich das weniger erlauben können, an veränderte Umstände sich anzupassen. Und dieser Aspekt, den ich gerade aufgeworfen habe, von Naturkatastrophen bedrohte Länder, das ist doch auch vielleicht etwas Interessantes, weil durch den Klimawandel werden Düren, Hitzeperioden, Hitzewellen, Überschwemmungen werden zunehmen. Und wenn wir uns die Karte jetzt mal so anschauen, dass die Ländergröße dem Anzahl der Menschen entspricht, die von solchen Naturkatastrophen betroffen sind und was durch den Klimawandel steigen wird, dann sieht die Welt folgendermaßen aus. Und wir sehen nochmal, wie massiv es nochmal in Asien zugenommen hat, aber dass auch Afrika sehr viel mehr davon betroffen ist, als beispielsweise der Kontinent Europa. Okay, kommen wir nochmal in die Ausgangssituation. So sieht die Welt tatsächlich aus. Eine Sache habe ich noch mitgebracht. Und zwar können wir doch auch einfach die Frage stellen oder die These aufstellen oder den Grundsatz aufstellen, dass es doch vielleicht gerecht wäre, wenn die Länder, die besonders viel CO2-Emissionen historisch ausgestoßen haben, besonders ein Vorreiter sein sollten in der Senkung der Treibhausgasemissionen. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, die Karte ist wieder dominiert von der USA und Europa, insbesondere auch wieder Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass die CO2-Emissionen seit 1850, seit der industriellen Revolution, dass die über der Hälfte auf die USA und Europa zurückgehen. Okay, ich habe jetzt mal versucht, so ein paar verschiedene Fragen, Thesen, Gedanken zur Klimagerechtigkeit vorzutragen und Sie sehen, es ist nicht so einfach. Und jetzt möchte ich den Sprung zur internationalen Klimapolitik wagen und dazu zu Anfang ein paar einführende Worte. Und zwar möchte ich einmal darstellen, was so die wichtigsten Streitpunkte sind international. Und das ist natürlich die erste Frage, wer muss die Emissionen senken, die wir auch eben so ein bisschen durchgegangen sind. Aber es gibt noch so ein paar weitere Gedanken dabei, zum Beispiel die Frage, welchen Anteil müssen die Industrieländer denn in einem eigenen Land senken und was können sie in einem anderen Land senken? Können sie zum Beispiel in einem finanziell armen Land erneuerbare Energien ausbauen und sich diesen CO2-Einsparungen auf das eigene Kontingent als Land anrechnen oder nicht? Dann natürlich die Frage, okay, die Naturkatastrophen nehmen zu. Und wer trägt jetzt die Kosten für diese Klimawandelschäden? Wir können es ja, das haben wir eben gesehen, durchaus auch beziffern, wer dafür verantwortlich ist, dass so viel CO2 jetzt in der Atmosphäre ist. Oder auch solche Fragen wie, wie werden die Emissionen berechnet? Also kann man zum Beispiel Böden und Wälder als CO2 senken, anrechnen lassen? Kann man sagen, okay, wir wollen als Land erhalten diesen Wald und wollen dafür, dass auf unser CO2-Konto gut gerechnet bekommen? Da gibt es ganz viele verschiedene interessante Ideen. Genau, und das waren jetzt nur so eine kleine Einführung in so ein paar Fragen, die es so in der internationalen Klimapolitik gibt. Jetzt vielleicht, das ist vielleicht auch schon ein bisschen durchgekommen, dass es natürlich verschiedene Interessen auch global gibt, je nachdem, wie die Situation des jeweiligen Landes ist. Und da möchte ich die wichtigsten Interessensblöcke in der internationalen Klimapolitik einmal kurz vorstellen. Und das ist zuerst einmal die Europäische Union. Das ist ganz interessant mit der Europäischen Union, weil es nämlich so ist, dass in der internationalen Klimapolitik die EU als eine Einheit spricht. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen auch diesbezüglich in der EU, aber international spricht die EU in der internationalen Klimapolitik gebündelt. Und was war ja auch interessant, ist, dass zumindest im Vergleich zu den anderen großen Blöcken die Europäische Union meist immer eher zu der Avantgarde gehört, zu den ein bisschen ambitionierteren, zumindest im Vergleich zum Rest der Weltgemeinschaft. Der Gegenblock ist so ein bisschen die sogenannte Umbrella Group, hieß auch mal so Juskans Gruppe und wird dann um Russland und Ukraine erweitert. Dieses Juskans steht beispielsweise für Japan, USA, Schweiz, Kanada, Australien, Norwegen, Neuseeland und genau dann Russland und Ukraine mit der Zeit. Das sind einfach Länder, in denen die fossile Brennstoffindustrie eine große Rolle spielt und die gewisse Sorge haben, dass wenn jetzt zu ambitionierte Ziele kommen, die einheimische Industrie gefährdet ist. Und man kann natürlich jetzt nicht so ganz fix sagen, dass diese Länder zu dieser ein bisschen Bremsergruppe gehören. Das kommt immer auch ein bisschen auf die lokale Politik darauf an. Beispielsweise in der USA hat die USA wieder eine sehr große Kehrtwende in der internationalen Klimapolitik gemacht und möchte jetzt wieder ein Vorreiter sein. Dann würde man sie ja nicht in diese Gruppe stellen, aber so als grobe Orientierung. Genau. Dann gibt es noch die große Gruppe der G77 und China. Wenn ich die genauer anschaut, ist das sogar nochmal ein bisschen weiter differenziert. Aber es gibt auf der einen Seite beispielsweise die OPEC-Staaten, die natürlich sehr viel an Erdöl, Erdgas verdienen und diese Goldquelle weiter erhalten haben wollen. Es gibt die Least Development Countries, die ärmsten Länder der Welt, die sagen, okay, wir können uns das nicht erlauben, dass wir noch zusätzlich auf CO2-Ausstoß achten. Wir haben schon so viele Probleme. Das geht einfach nicht. Es gibt die Allianz of Small Islands, die Gruppe der kleinen Inseln, die vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht ist und sagt, okay, wir haben ein ernsthaftes Problem. Unsere Inseln gehen unter. Wir brauchen neuen Lebensraum. Oder beispielsweise die Schwellenländer, die sagen, okay, wir haben es jetzt fast geschafft. Wir sind nicht mehr Entwicklungsland. Wir sind fast Industrieland und wir wollen jetzt noch diesen letzten Step gehen und wir finden das unfair, wenn die Industrieländer so viel historisch gesehen CO2 ausstoßen durften, um diesen Step zu gehen und wir als Land nicht mehr. Genau, und die Blöcke sind natürlich auch ein bisschen verschieden. Es verändert sich mal so ein bisschen, aber das sind so die wichtigsten Gruppen und Positionen, die es sozusagen als Länderzusammenschlüsse gibt. Okay, und dann fällt noch die drei wichtigen Verhandlungsstränge. Der erste ist natürlich Mitigation. Das geht darum, einfach die Treibhausgasemissionen zu senken. Aber nebenbei und das werde ich in der Folge auch nur am Rande behandeln. Gibt es noch zwei weitere Stränge und das ist einmal die Adaptation. Das ist die Frage, wie können wir uns als Weltgemeinschaft an den Klimawandel anpassen und vielleicht als Weltgemeinschaft auch die Folgen des Klimawandels so etwas abmildern. Und dann relativ neu der Strang von Lost and Damage, wo es dann konkret auch darum geht, wir wollen Entschädigung dafür, dass wir beispielsweise, dass unsere Insel untergeht und wir neuen Lebensraum brauchen. Okay, soviel als allgemeine Einführung. Jetzt schauen wir uns das mal konkret an. Wie sehen die Abkommen aus? Und das ist so, die Weltgemeinschaft weiß eigentlich schon relativ lange von dem Problem des Klimawandels. Die Vereinten Nationen haben 1979 das erste Mal eine Weltkonferenz zum Klimawandel organisiert. Er war wissenschaftlich, aber so auf politischer Ebene ist es spätestens mit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio 92 gekommen. Und diese Konferenz ist ja für viele Politiken im Nachhaltigkeitsbereich eine sehr entscheidende Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung der Welt. Und so wurde auch unter anderem die Klimarahmenkonvention auf der Konferenz unterzeichnet. Die Klimarahmenkonferenz sagt einfach, dass die unterzeichneten Staaten der Welt, was quasi fast alle sind, anerkennen, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit ist und dass wir als Weltgemeinschaft hier etwas tun müssen. Und man hat sich dort dazu vereinbart, sich jedes Jahr zu treffen auf einer sogenannten Conference of Parties, COP, um darüber zu sprechen, wie ein solches Abkommen aussehen kann. Und die erste fand 1995 in Berlin statt. Und was vielleicht ganz interessant ist an dieser Stelle, sie wird immer von dem Umweltministerium des zuständigen Landes organisiert. Und das war damals eine gewisse Angela Merkel. Und die Konferenz ging damit los, dass Kohl gleich gesagt hat, okay, wir wollen als Deutschland bis 2005 25 Prozent unserer Emissionen bis 1990 reduzieren. Und das war auch ein bisschen überraschend. Die anderen Ländern waren erstaunt. Wir sind Forscher, Kohl hat noch gefragt, wer macht mit quasi. Aber die Länder haben ein bisschen gebremst und haben gesagt, warte, warte, so schnell geht das nicht. Wir brauchen hier ein richtiges Abkommen. Die Interessen sind doch ein bisschen zu verschieden. Aber wir finden es sehr wichtig, dass so ein Abkommen gibt. Und dafür lassen wir uns aber ein bisschen Zeit, aber dieses Mandat darüber verhandeln zu können, das nennen wir jetzt Berliner Mandat. Genau. Und der zweite große Output aus dieser Konferenz ist die Frage gewesen, okay, wo ist jetzt dieses Büro der Vereinten Nationen, die die Klimarahmenkonvention und die Weltklimakonferenzen begleitet? Und wohl auch durch diesen ambitionierten Vorschlag zum Anfang der Konferenz von Kohl hat die Weltgemeinschaft gesagt, okay, dieses Büro soll in Deutschland stehen. Und seitdem haben wir dieses Büro der Vereinten Nationen in Bonn, die halt diese Klimarahmenkonvention, die Klimakonferenzen jedes Jahr organisieren und mitbegleiten. Okay. Zwei Jahre später auf der dritten COP in Kyoto war es dann soweit, dass das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden ist. Also das Ziel war halt so ein rechtsverbindliches Begrenzungs- und Reduzierungsverpflichtungspapier. Schauen wir uns an, was dabei rausgekommen ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, wir haben es eben schon ein bisschen dargestellt, die unterschiedlichen Interessen. Und vor allem ein Aspekt, das gesagt worden ist, CO2-Reduktion bedeutet doch, dass wir weniger Wirtschaftswachstum haben. Und warum sollten wir das machen? Ja, es wurde dann ein Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung angewandt. Das war schon so in der Klimarahmenkonvention festgehalten und bedeutet einfach, dass wir als Weltgemeinschaft gemeinsam anerkennen, wir müssen CO2-Emissionen senken, aber dass wir vielleicht dabei unterschiedliche Verantwortung, unterschiedliche Möglichkeiten haben, das herumzusetzen. Und deswegen wird dann beschlossen, dass nur die Industriestaaten etwas tun sollen. Und die Industriestaaten sollen im Schnitt 5 Prozent ihrer Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2012 reduzieren. Also 5 Prozent statt den 25 Prozent. Bisschen weniger ambitioniert, aber das war das Einzige, was auf internationaler Ebene funktioniert hat. Genau, aber es wurde noch ein bisschen komplizierter und zwar wurde gesagt, okay, wir haben, das ist eine Willenserklärung quasi, es muss danach noch ratifiziert werden von den jeweiligen Landesparlamenten. Und deswegen wurden noch Regeln aufgestellt, damit sich kein Land übergangen fühlt, dass das Abkommen erst in Kraft tritt, wenn auf der einen Seite mindestens 55 Staaten das Abkommen unterzeichnet haben und dass gleichzeitig auch noch die Staaten, die es unterzeichnet haben, 55 Prozent der Emissionen repräsentieren müssen, die durch die Industriestaaten 1990 ausgestoßen worden sind. Okay, und wie gesagt, am Anfang war die Begeisterung noch groß, aber dann sind die USA beispielsweise 2001 ausgestiegen. Und zwar deshalb, weil gesagt worden ist, die nationalen Politiker und Politikerinnen haben gesagt, wir finden das nicht gerecht, dass wir als USA Treibhausgase senken müssen, aber so Länder wie China nicht. Und China ist gerade eine aufholende Wirtschaftsmacht und wir sind die Weltwirtschaftsmacht. Und wenn wir jetzt unsere Emissionen senken, China aber nicht, dann verlieren wir unseren Vorteil, unsere vorherrschende Stelle. Und deswegen können wir auf keinen Fall dieses Abkommen mehr unterstützen. Und wir haben das ja vielleicht eben in den Karten gesehen, dass das natürlich ein Problem jetzt ist, weil die USA für so einen großen Anteil verantwortlich ist, auch der Industriestaaten, dass da überhaupt noch diese 55 Prozent zustande kommen. Und das war auch ein großes Problem. Man hat dann mit Ach und Krach Russland dazugebracht, das dann doch noch zu unterzeichnen, indem man da viele Zugeständnisse gemacht hat. Und so ist dann das Abkommen 2005, also acht Jahre später, in Kraft getreten. Okay. Schauen wir uns an. Wie haben sich jetzt die weltweiten CO2-Emissionen entwickelt? Von 1990 an. 1990, als die Weltgemeinschaft dann wirklich gesagt hat, wir müssen was machen, waren wir bei rund 22 Gigatonnen. Jetzt, rund 2008, sind wir plötzlich bei rund 33 Gigatonnen. Also wir haben es nicht mehr geschafft, das auf das gleiche Niveau zu halten. Und die CO2-Emissionen weltweit sind noch mal deutlich gestiegen. Deswegen, bei der nächsten Klimakonferenz jetzt, 2009 in Kopenhagen, war zum einen der Weltgemeinschaft jetzt klar, okay, wir haben ein Problem. Bislang hat das alles noch nicht so wirklich funktioniert. Die CO2-Emissionen explodieren immer noch weiter. Und auf der anderen Seite, das Kyoto-Protokoll läuft spätestens 2012 aus. Wir brauchen jetzt dringend ein neues Abkommen. Und deswegen war ein großer Druck der Zivilgesellschaft da. Auch die hohe Politik ist gekommen. Wir sehen hier beispielsweise wieder Angela Merkel oder Obama für die USA. Es wurde viel verhandelt, aber rausgekommen ist nichts. Die Interessen waren zu unterschiedlich. Man hat sich nicht auf ein gemeinsames Abkommen einigen können. Es gab da noch so eine kleine Willenserklärung, die Übereinkunft von Kopenhagen. Aber es war kein neues, großes Abkommen, was jetzt die Klimakrise lösen könnte. Und so war die internationale Klimapolitik so ein bisschen auf dem Scherbenhaufen der internationalen Klimapolitik. 2012 wurde gesagt, okay, wir müssen irgendwie was machen. Zumindest das Kyoto-Protokoll verlängern. Und das wird dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt eine zweite Verpflichtungsperiode von 2012 bis 2020. Wir sagen jetzt, die Industriestaaten wieder bis 2020 sollen sie im Vergleich zu 1990 nicht mal um 5 Prozent, sondern jetzt um 18 Prozent immerhin die CO2-Emissionen senken. Und es tritt aber jetzt erst in Kraft, wenn nicht mindestens 55, sondern 144 Länder ratifiziert haben. So, und das war so ein bisschen das Problem. Deutschland beispielsweise hat es 2017 als erst 110. Land unterzeichnet. Und das hat dazu geführt, dass das Post-Kyoto-Protokoll tatsächlich nur für einen einzigen Tag in Kraft getreten ist. Am letztmöglichen Tag oder zum letztmöglichen Tag, weil Nigeria als 144. Land dem noch beigetreten ist. Und woran lag das vielleicht, dass das so schleppend war? Weil beispielsweise Länder wie Russland, Japan, Kanada und Neuseeland ausgestiegen sind. Und deswegen dieses Abkommen nur noch 15 Prozent der tatsächlichen weltweiten CO2-Emissionen umfasst hat. Und das natürlich dann schwierig ist. Das Abkommen hat ja eigentlich den Anspruch, global die CO2-Emissionen zu senken und dass dieses Abkommen irgendwie das nicht mehr wirklich erfüllen kann. Deswegen, weil ich das ja auch schon angedeutet hatte, war dann 2015 in Paris. Nochmal die neue große Hoffnung, vielleicht schaffen wir es doch. Natürlich war auch viel Skepsis da. Kopenhagen hatte schon gezeigt, wie sowas auch scheitern kann. Aber es ist etwas, ja, was man vorher nicht gedacht hätte, doch etwas sehr Ambitioniertes rausgekommen. Und zwar als erstes gleich, dass gesagt worden ist, vorher gab es immer diese 2-Grad-Grenze. Aber jetzt ist jetzt gesagt worden, wir wissen jetzt so viel über den Klimawandel, dass die Folgen bei 2 Grad schon so gravierend sind, dass wir den Klimawandel eigentlich auf, wenn möglich, 1,5 Grad begrenzen müssen. Also der Anspruch, dass jetzt noch was noch Ambitionierteres rauskommen soll. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie soll das passieren? Und dazu wird ein neues Instrument eingeführt. Und zwar jetzt nicht mehr, dass so top-down beschlossen wird, das Land soll so und so viel CO2 einsparen, das so und so viel, sondern es wird ein anderer Ansatz gewählt, bottom-up quasi, dass jedes Land selber bestimmen darf, dass sie so und so viel CO2-Emissionen senken müssen und dann dementsprechend auch die Maßnahmen umsetzen müssen. Und zwar muss jedes Land alle 5 Jahre darüber berichten, wie der Fortschritt ist und wenn die Maßnahmen nicht ausgereicht haben, die sich überlegt haben, dann müssen sie ihre Maßnahmen verschärfen. Müssen leider so ein bisschen jetzt in Anführungsstrichen, weil es gibt leider keine wirklichen formellen Sanktionen, außer das Anprangern, Naming and Shaming. Aber es sind keine wirklich finanziellen formellen Sanktionen vorgesehen. Okay und was auch ganz interessant ist, dass jetzt ein anderer Ansatz gewählt worden ist, sind wieder mindestens 55 Staaten, die das unterzeichnen müssen, aber jetzt alle Staaten, nicht nur Industriestaaten und die nicht, also die heutzutage für 55 Prozent der Emissionen verantwortlich sind und nicht 1990. Also dass jetzt tatsächlich in der Situation, auch die tatsächliche Situation, da abgebildet werden kann. Genau und die Euphorie nach der Konferenz war groß, es wurde auch relativ schnell ratifiziert. Bereits ein Jahr später hatten genügend Länder unterzeichnet. Mittlerweile haben tatsächlich 187, 197 Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention unterzeichnet und so ist es dann auch 2020 planmäßig in Kraft getreten. Es gab natürlich schon nur erste Rumoren. Die USA sind beispielsweise zum November 2020 ausgetreten, aber jetzt im Januar 2021 wieder eingetreten und Brasilien-Bolsonaro hat schon früh angekündigt, dass er auch austreten möchte. Er hat es bislang noch nicht gemacht. Aber was man vielleicht so zusammenfassend sagen kann, trotz dieser kleinen Rumoren, die dieses Abkommen hat, es ist an sich schon mal erst mal stabil. Und das ist eine ganz positive Nachricht. Genau. Aber es gibt natürlich noch einen entscheidenden Punkt. Und das ist, sich natürlich einmal genauer anzuschauen. Wie sehen denn jetzt diese Selbstverpflichtung aus? Reichen die? Sogar dieses ambitioniertere Ziel zu erreichen? Und dazu habe ich wieder eine Weltkarte mitgebracht. Und es ist jetzt so, dass auf dieser Weltkarte die Länder grün eingezeichnet sind, die sozusagen Paris-konform sind, deren Ziele zu einer Klimaerwärmung von maximal 1,5 Grad beitragen. Und dann gelb, orange, rot, schwarz, je mehr diese Ziele das verfehlen. Bei schwarz sind wir bei über 4 Grad Erhöhung der Temperatur. Und jetzt schauen wir uns mal die Karte an. Und wie sieht es aus? Ja, leider eher erschreckend. Es gibt tatsächlich nur zwei Länder weltweit, die Paris-konforme Ziele eingereicht haben. Das sind Marokko und Gambia. Und ansonsten ist die Karte orange, rot, schwarz dominiert. Seit wir jetzt nochmal den Blick ein bisschen genauer auf die EU werfen, muss man dazu jetzt sagen, dass die EU tatsächlich im Dezember 2020 die eigenen Ziele nochmal verschärft hat. Und diese Karte ist aus dem November 2020. Deswegen wird man jetzt wahrscheinlich die Karte, die Länder der EU gelb einzeichnen. Das heißt, ein Stückchen besser, aber es reicht immer noch nicht. Okay, und jetzt können wir uns nochmal anders anschauen. Auf diesem Thermometer und hier sehen wir wieder die Temperaturerhöhung. Und wir sehen beispielsweise, dass wir aktuell schon bei 1,1 Grad Erhöhung der globalen Temperatur sind. Wir haben also gar nicht mehr viel, um dieses 1,5 Grad zu erreichen. Und jetzt die eingereichten Selbstverpflichtungen, jetzt wieder mit den neuen EU-Zielen, das ist in dieser Grafik schon wieder drin, sehen wir, dass wir bei rund 2,6 Grad Erhöhung vermutlich landen werden. Es gibt noch einen gewissen Unsicherheitsbereich von 2,1 bis 3,3 Grad. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wie sieht das denn aus mit den Maßnahmen, die tatsächlich umgesetzt werden, dann landen wir sogar eher bei bis zu, im Worst Case, 3,9 Grad Erhöhung. Also das heißt, das Abkommen von Paris, das hat es geschafft, dass wir als Weltgemeinschaft hier wieder ein Abkommen haben, der internationalen Klimapolitik. Aber aktuell reichen die Zielen zumindest nicht. Den Ambitionen des Paris-Abkommen werden sie nicht so ganz gerecht. Okay, ich möchte nochmal auf zwei Aspekte eingehen. Einmal nochmal die weltweiten CO2-Emissionen. Wie haben sie sich jetzt weiterentwickelt? Und wir sehen, sie sind tatsächlich im letzten Jahr noch weiter gestiegen. Und tatsächlich ist das letzte Jahr so ein bisschen ein Wendepunkt. Das ist natürlich vor allem der Corona-Krise, der Covid-19-Pandemie zuzuschreiben, dass die Emissionen runtergegangen sind. Aber es wird ganz spannend, das in Zukunft sich anzuschauen, weil in Zukunft beginnt das Pariser Abkommen zu wirken. Und dann kann man hoffentlich sehen, wie jetzt plötzlich die Weltgemeinschaft sich verpflichtet hat, insgesamt die Emissionen zu senken und dass auch wir diesen Höhepunkt jetzt erreicht haben und dass ab sofort die Emissionen senken. Das ist die große Hoffnung. Und das Zweite, was ich ganz gern noch einmal machen möchte, ist, mit Ihnen mir einmal Deutschland genauer anzuschauen, wie hier sozusagen Anspruch und Wirklichkeit aussieht. Wir haben genau hier die Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland. Das ist die erste positive Nachricht. Wir sehen, im Gegensatz zur Entwicklung der Welt hat es Deutschland geschafft, dass die CO2-Emissionen gesunken sind. Und wir sehen auch, dass wir einen deutlichen Knick durch Corona sehen können, so einen Corona-Effekt und der Trend dann, wenn es so weiter geht wie zuvor, wieder etwas höher liegen wird. Und vielleicht können wir uns noch grob die Geschichte der CO2-Emissionen anschauen. Wir sehen, am Anfang hat Deutschland besonders viel CO2-Emissionen Anfang der 90er einsparen können. Das ist einfach die Wiedervereinigung gewesen und der Zusammenbruch einer CO2-intensiven Produktion, Industrie in Ostdeutschland. Und dann ist es relativ stabil geblieben und dann Anfang der 2000er wurden verstärkt erneuerbare Energien ausgebaut. Man sieht sogar hier die Finanzkrise ganz kurz. Genau. Und wie sehen jetzt die Klimaziele aus der Bundesrepublik? Wir sehen, deswegen folgt diese große Ambition am Anfang, dass am Anfang der 90er Jahre sah es ganz gut aus, dass Deutschland ganz gut CO2-Emissionen senken kann. 25 Prozent bis 2005. Das hat Deutschland dann aber in der weiteren Entwicklung nicht mehr halten können und verfehlt. Dann war das nächste Ziel 2020, minus 40 Prozent. Und dazu muss man jetzt sagen, dass ich zwar gesagt habe, es gibt keine formellen Sanktionen. Das gilt auch international, außer auf die EU. Die EU hat in der Lastenverteilung vereinbart, dass Länder, die die eigenen gesteckten Ziele der EU nicht erreichen, Strafzahlungen zahlen müssen. Und so hat Deutschland bereits mehrere hundert Millionen im Haushalt beiseite gepackt, weil sie befürchtet haben, wir müssen bald Strafzahlungen leisten. Und dann ist die Corona-Krise gekommen und wir gehen jetzt davon aus, dass Deutschland es geschafft hat, die Klimaziele überraschenderweise doch zu erreichen. Sonst wären wir bei rund 35 Prozent Reduktion nur gewesen. Aber die spannende Frage ist jetzt natürlich, werden wir nach der Krise es schaffen, diese Senkung mitzunehmen und auf einem Trend bleiben, der den Zielen der Bundesregierung entspricht oder auf dem alten Trend bleiben? Der alte Trend, der ist deutlich über den Zielen der Bundesrepublik. Und dann fällt ganz zum Schluss noch mal der Anspruch, das Pariser Klimaabkommen. Und wir sehen, um wirklich 1,5 Grad konform zu sein, müssen wir deutlich ambitionierter auch mit unseren eigenen Klimazielen sein. Die eigenen Klimaziele der Bundesrepublik, die reichen leider nur für eine 2-Grad-Erhöhung. Und selbst sie drohen wir zu verfehlen. Okay, ich bedanke mich. Ich hoffe, Sie haben ein paar Einblicke gewinnen können. Einmal ein paar Vorstellungen, neue Ideen, neue Thesen, wer eigentlich die Verantwortung trägt, warum manche Länder Vorreiter sein sollten, welche Länder es sind, aber auch die Schwierigkeit, dass es gar keine klare Antwort darauf gibt. Es gibt für alle Seiten gute Argumente. Und dann die Schwierigkeit der internationalen Klimapolitik, das jetzt in ein tatsächliches globales Abkommen umzusetzen. Und dann vielleicht auch zum Schluss noch mal die große Hoffnung, die dieses Paris Agreement jetzt hat, dass wir vielleicht jetzt endlich was gefunden haben, was klappen könnte, was aktuell allerdings noch nicht so richtig wirkt. Und dann vielleicht zum Schluss noch der Griff an die eigene Nase, dass wir natürlich die Hausaufgaben hier vor Ort auch machen müssen. Und auch Deutschland eine Verantwortung kriegt, zumindest die eigenen Klimaziele zu erreichen. Beispielsweise mit einer erfolgreichen Energiewende. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören.